Grüß dich. Wer bist denn du? Sander. Sollst du mitkommen? Wohin? Heim. Und wo ist das? Na, daheim eben. Und was gefällt dir daheim? Daheim ist Natur pur. Wen hast du denn da mitgebracht? Die Miriam. So, willst du jausen? Bioprodukte von Spar Natur pur. Schmeckt's der Miriam? Ja, da schmeckst du Natur pur. Bis zum nächsten Mal.